Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Aber das ist nicht so. Wenn man sich näher damit beschäftigt, merkt man, dass es mit diesen Zeitungshoroskopen überhaupt nichts zu tun hat. Gute Nacht, die Damen. Könntest du uns das nächste Mal vorwarn, wenn du deinen Typen hier anschleppst? Wo ist dieses unbefinierbare Etwas? Knapp drei Jahre alt. Ah, und ein Joghurt. Noch nicht mal abgelaufen. Marie? Oh, das tut mir total leid. Ich war so gestresst wegen der Deutschklausur. Aber ich verspreche, dass ich nachher noch was hole. Ja, das war ja klar. Gesundheit. Dann... Gesundheit. Dann sowas. Ich komme. Hallo, Marie. Oh, hallo, Frau Lemke. Können Sie mit der Erkältung denn lernen? Entschuldigung. Morgen. Das ist aber eine nette Überraschung. Ich hoffe, ich störe nicht. Guten Morgen. Danke. Sekunde. Darf ich reinkommen? Na klar. Na klar. Na klar.